Nehmt euch aber in Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht tut, vorn vor den Menschen, um angeschaut zu werden von ihnen, andernfalls aber habt ihr nicht Lohn bei eurem Vater in den Himmeln. Wenn du nun Almosen gibst, solltest du nicht vorn vor dir herposaunen, ebenso wie die Heuchler tun in den Synagogen und in den Gassen, damit sie verherrlicht werden von den Menschen. Wahrlich, ich sage euch, ausgezahlt ist ihnen ihr Lohn. Du aber, so du Almosen gibst, lasse nicht deine Linke erfahren, was deine Rechte tut, damit dein Almosen sei im Verborgenen, und dein Vater, der im Verborgenen beobachtet, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, da sie es gerne haben, in den Synagogen und an den Ecken der Plätze zu stehen, um zu beten, damit sie scheinen vor den Menschen. Wahrlich, ich sage euch, ausgezahlt ist ihnen ihr Lohn. Du aber, wenn du betest, gehe in deine Kammer und schließe deine Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen beobachtet, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, solltet ihr nicht plappern, ebenso wie die von den Nationen, denn es dünkt sie, dass sie mit ihrem Wortschweih sollen erhöret werden. Ihr nun solltet nicht ihnen gleichen, denn Gott, euer Vater, weiß, wessen ihr bedürfet, bevor ihr ihn bittet. Betet ihr nun also. Unser Vater in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Königreich, es geschehe dein Wille, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser Brot, das Auskömmliche, gib uns heute und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir erlassen unseren Schuldnern. Und bringe uns nicht in Versuchung hinein, sondern bürg uns vor dem Bösen. Denn so ihr den Menschen ihre Kränkungen vergebt, wird auch euer Vater, der himmlische, euch vergeben. So ihr aber den Menschen ihre Kränkungen nicht vergebt, wird auch nicht euer Vater eure Kränkungen vergeben. Wenn ihr aber fastet, werdet nicht kummervoller Miene wie die Heuchler, denn sie entstellen ihre Angesichter, damit sie den Menschen fastend erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, ausgezahlt ist ihnen ihr Lohn. Du aber, wenn du fastest, reibe dein Haupt ein und wasche dein Angesicht, damit du nicht den Menschen fastend erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen beobachtet, wird dir vergelten. Nicht speichert euch Schätze auf Erden auf, wo Motte und Rost sie zum Verschwinden bringen und wo Diebe durchgraben und stehlen. Speichert euch aber Schätze im Himmel auf, wo weder Motte noch Rost sie zum Verschwinden bringen und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen, denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Des Körpers Leuchte ist dein Auge. So nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Körper Licht sein. So aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie viel dichter ist dann die Finsternis? Niemand kann zwei Herren sklaven, denn entweder wird er den einen hassen und den Andersartigen lieben, oder er wird für den einen einstehen und den Andersartigen verachten. Nicht könnt ihr Gott sklaven und den Mammon. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht für eure Seele, was ihr essen oder was ihr trinken mögt, noch für euren Körper, was ihr anziehen mögt. Ist nicht die Seele mehr als die Nahrung und der Körper mehr als der Anzug? Blicket hin auf die Flügler des Himmels, daß sie nicht sehen, noch ernten, noch sammeln in Scheunen, und euer Vater, der himmlische, nährt sie. Seid nicht vielmehr ihr vorzüglicher als sie? Welcher aber von euch kann, indem er sorgt, seinem Vollwuchs eine Elle hinzufügen? Und was sorgt ihr euch um den Anzug? Studiert die Anemonen des Feldes, wie wachsen sie? Nicht, daß sie sich mühten, noch spinnen. Ich aber sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war umhüllt wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes also kleidet, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, nicht viel er euch, ihr Kleingläubigen? Nicht solltet ihr nun euch sorgen und sagen, was mögen wir essen? Oder was mögen wir trinken? Oder womit mögen wir uns umhüllen? Denn nach all diesem trachten die aus den Nationen. Denn euer Vater, der himmlische, weiß, dass ihr dieser sämtlichen Dinge bedürfelt. Suchet aber zuerst das Königreich und seine Gerechtigkeit, und man wird euch dieses alles hinzufügen. So solltet ihr nun nicht euch sorgen für den morgenden Tag. Denn der morgene Tag wird für sich selbst sich sorgen. Genügend ist dem Tage sein Übel. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Urteil ihr richtet, sollt ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maße ihr messet, soll euch gemessen werden. Was aber erblickst du das Spähnlein in deines Bruders Auge? Den Balken aber in deinem Auge bedenkst du nicht. Oder wie wirst du zu deinem Bruder reden? Bruder, lass mich! Ich sollte das Spähnlein hervorholen aus deinem Auge. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, hole zuerst den Balken hervor aus deinem Auge, und dann wirst du scharf blicken, um das Spähnlein hervorzuholen aus deines Bruders Auge. Nicht solltet ihr das Heilige den Kötern geben, noch werfen eure Perlen vorn vor die Schweine, damit sie sie nicht niedertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerfleischen. Bittet, und euch wird gegeben werden. Suchet, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird geöffnet werden. Denn jeder, der da bittet, der erhält, und wer da sucht, der findet, und dem, der anklopft, wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, den sein Sohn bitten wird um Brot? Er wird ihm doch nicht einen Stein reichen. Oder auch er wird um einen Fisch bitten. Er wird ihm doch nicht eine Schlange reichen. So nun ihr, die ihr böse seid, wisset, gute Gaben zu geben euren Kindern. Wie viel mehr wird euer Vater in den Himmeln Gutes geben denen, die ihn bitten? Alles nun, so viel, als ihr auch wollt, dass euch die Menschen tun, also tut auch ihr es ihnen. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn breit ist die Pforte und geräumigt der Weg, der der abführt in den Untergang. Und viele sind es, die durch sie eingehen. Aber was für eine enge Pforte und für ein schmaler Weg, der der abführt in das Leben. Und wenige sind, die ihn finden. Nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten, die zu euch kommen im Rocke der Schafe. Inwendig aber sind sie räuberische Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Man liest doch nicht etwa von Dornen Weinbeeren oder von Sternlisteln Feigen. Also trägt jeder gute Baum edle Früchte. Der faule Baum aber trägt böse Früchte. Nicht kann ein guter Baum böse Früchte tragen, noch ein fauler Baum edle Früchte tragen. Jeder Baum, der nicht edle Frucht trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten werdet ihr sie demnach sicher erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird eingehen in das Königreich der Himmel, sondern der, der tut, den Willen meines Vaters in den Himmeln. Viele werden mir erwidern an jenem Tage, Herr, Herr, prophezeien wir nicht in deinem Namen und trieben in deinem Namen Dämonen aus und tun in deinem Namen viele Machttaten. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet von mir, die ihr die Gesetzlosigkeit wirkt. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, vergleicht man mit einem besonnenen Manne, der sein Haus auf die Felsen baut und herabtropft der Regen und kamen die Ströme und wehten die Winde und fielen nieder auf jenes Haus und es fiel nicht, denn es gründete sich auf den Felsen. Und jeden, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, vergleicht man mit einem törichten Manne, der sein Haus auf den Sand baut und herabtropft der Regen und kamen die Ströme und wehten die Winde und stießen an jenes Haus und es fiel und groß war sein Fall. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet, dass sich die Scharen verwunderten ob seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schrift gelehrten. Sei achtsam, die Schlange enttarnt ihresgleichen nur, damit sie dein Vertrauen gewinnt. Sie offenbart die Listigkeiten ihrer Artgenossen, um dich zu umgarnen und mit denselben Betrügereien einzuwickeln. Puh, danke für die Rettung. Sei wachsam, Schlangen sind listiger als alle Tiere des Feldes. Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de Glocke